Leo, Leo Auf dem Spielplatz wird gearbeitet. Leo, der Lastwagen, wird heute für die Roboter ein Haus bauen. Der Zementmischer gießt das Fundament mit Zement aus. Ja, noch ein bisschen. Das reicht, Zementmischer. Das ist genug. Danke für deine Hilfe. Und da kommt auch schon Leo. Er hat die restlichen Teile gebracht. Roboter, bald werdet ihr ein schönes Haus haben. Das grüne Gebäude kommt in die Mitte. Hier können die Roboter mit ihren Freunden spielen. Hier haben wir noch zwei Gebäude. Ein lilafarbenes und ein blaues. Jetzt bauen wir den Aufzug ein. Eine gelbe Säule. Und eine orangefarbene Plattform zum Hoch- und Runterfahren. Eine weitere gelbe Säule gibt der Konstruktion Halt. Das sind die Türen. Fenster. Damit es schön hell ist, bauen wir viele Fenster ein. Fenster. Den Roboter gefällt es. Jetzt sind die Dächer an der Reihe. Hier haben wir gelbe Rutschen. Die führen vom Hauptgebäude in die Nebengebäude. Ist das Haus der Roboter fertig? Nein, es sind nur zwei Häuser. Der lilafarbene hat ein Haus. Der blaue auch. Aber der rote Roboter hat kein Haus. Leo, du musst was unternehmen. Leo ist zu Lifty's Laden gefahren. Hallo Leo, du brauchst ein Haus? fragt Lifty. Such eins aus. Das grüne? Nein. Das weinrote? Nein, wir brauchen ein rotes Haus. Das nehmen wir. Das kommt in Leos Ladekasten. Wir fahren zum Haus der Roboter. Danke, Lifty. Die Roboter warten gespannt auf Leo. Da ist er. Das rote Haus kommt jetzt an seinen Platz. Jetzt hat der rote Roboter auch ein Haus. Gut gemacht, Leo. Das rote Haus. Das rote Haus. Untertitelung des ZDF, 2020